hallo ihr leute herzlich willkommen wieder bei nächster folge von philothia und wir sind in der railroad ich weiß nicht was es hier vor sich geht aber jetzt gehen wir weg weil er ist bei der evakuierung gestorben haben wir uns verstanden was ist mit liam geschehen ich weiß es nicht genau und du auch nicht ließ diesen brief und dann vernichte ihn wir werden nicht mehr darüber reden okay die arme gedacht dass ich das sagen würde aber ich ja ich brauche wirklich deine hilfe warum geht es geht es geht um alles uns verbindet eine freundschaft und das heißt dass ich dir vertrauen kann und ich hoffe auch dass du mir den rücken frei hältst denn das brauche ich jetzt mehr als sonst ich ich bin krank und kann das nicht länger vor dir verstecken leiden sagt es mir ich habe dir gesagt wie schwer es für mich ist okay ich habe angst ich habe angst dass unsere freundschaft kaputt geht wenn du die wahrheit erfährst sagt mir endlich immer freunde unsere freundschaft wird immer bestehen egal was du sagst du bist so verdammt nett zu mir ich habe damit angefangen also muss ich doch zu ende bringen seit ich von zu hause weg bin habe ich psycho genommen ich weiß nicht warum ich den mist noch nehme aber ich kann einfach nicht aufhören ich habe alles probiert ich hatte keinen einzigen tag ohne den scheiß aus und ich habe die schnauze voll ich habe sogar hinter deinem rücken genommen wenn du es nicht gesehen hast das schlimmste ist dass es mich gerade gemacht hat ich spucke blut und fühle mich richtig schlecht ich muss diesen mist aus meinem körper bekommen bevor ich noch dann krepiere okay heilung wurde kann deine psycho sucht geheilt werden normalerweise würde das jeder ödland doch schaffen aber ich habe das zeug so lange genommen dass es dafür zu spät ist ich kenne nur einen anderen weg aber der wird kein leichter sein dort draußen soll es irgendwo ein volt geben genauer gesagt wollt 95 wollte soll ihn für eine art soziales experiment benutzt haben dort wurden ein paar junkies als versuchskaninchen eingesperrt sie hatten angeblich eine spezielle methode um die leute dort drin clean zu bekommen eine art maschine oder sowas wenn wir dort reinkämen könnte mir diese maschine vielleicht helfen weißt du wo wir wollt 95 finden nein leider nicht ich weiß nur dass irgendwo im südwestlichen teil des commonwealth liegen soll ich will nicht dass du mich für einen runtergekommenen junkie hältst für ein dummes mädchen das sich grundlos zerstört als deine freundin bitte ich dich um hilfe bring mich zum wort 95 sobald du bereit bist mich von meinem leid zu erlösen ok bring kate zu wolf 95 also kate ist krank dann wir schieben diese mission auf die seite wir bringen versuchen wir voll 95 südwestlich erstmal müssen wir diese gebäude rausgehen und dann ich hoffe er werde mir angezeigt ich muss nicht suchen südwestlich na komm der ladet immer so lange ich kann nie mehr ok ich drücke mir karte warte 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 wir uns werden gezer ÈE Franc Sehr gut. Okay, wo ist Volt? Da ist Volt. Es ist Nacht, es regnet, ich hasse es. Wenn es regnet, dann könnte ich ein paar Leute nicht sehen. What? What? Wow, wow, was war das denn hier? Scheiss. Oh, meine Lebensanzeige ist sehr kritisch. Wie sehe? Ja, heilen, heilen, heilen. Was habe ich hier? Ähm. Na gut, Stärke, was können wir machen? Aua, 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 was? Was ist das für Scheiss? Aua, aua. Alter Schwalte. Was hast du für mich Schönes? Hallo nehme ich. Pusionkern nehme ich auch. Das nehme ich das auch. Au, das geht! Ne, nehm ich mir Sniper, ohne Scheiss. Nein Da So Da ist er Aua 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 Du bist einer WTF WTF Was ist da los Mein Leben Mein Leben Ja ok ich wechsle auf Waffe Eeeh Nein Komm Eeeh Was Eeeh Sag ich hab wechgeschmieds auswäsen Wahrscheinlich Ja Warte 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 Jo Alu nehmen ich alles Das nemm ich Das nemm ich So, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ja, Pistol, Parry, das nehme ich immer ja nicht. Wird da noch einer? Irgendwo ist einer. Da bist du! Komm! Da, da, schnell, schnell, muss ich alles wegnommen, ja, da, oh, yes, oh, eh, vielleicht sollte ich die Waffe nicht nehmen, alle, ich glaube schon. Manche haben Pech gehabt mit dem Vault. Gehen wir nach unten. Die Gate Bar auch Hilfe. Die Gate. Aktuelle Gescheiße. Warte. Äh. Da? Wie war es schleicht? Ah ja, so. Hey. Gehen wir nach unten. Alles in oben. Okay. Da war schon wieder B-Ballerei. 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 Oh. Ich brenne wegen dir. Weg mit dir. Meine Güte. Die machen sich viel Stress. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Kupfer? Ja. Zwei Kupfer. Stall nehme ich. Auch. Ist auch wichtig. Hm. Das nehme ich. Äh. Äh. Jo. Ey. Die haben echt viel. Sachen. Äh. Das nicht. Nee. Nee. Oh. Die hat viel. Nein. 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 Korken nehme ich gern. Silber. Okay. Weg mit dir. Du hast da so nix drauf. Äh. Das nehme ich. Das nehme ich. Und. Nee. Gut. Oh. Ich bin am verrecken. Haha. Geil. Gleich verreck ich. Nicht mehr. Ja. Nämlich dich. Äh. Ja. Gute. Äh. Das. 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 Okay. Auch was auf mich. Sie scheinen ihr Gruppentreffen im Büro des Aufseers abgehalten zu haben. Rumsitzen und Bildschrank zu lösen. Wo sind. Die Sache. Nämlich Alu. Hau mal hin. Kann man das nehmen. Nö. Langen wir das noch. Oh. Kann. Kann. Ne. Kann. Ne. Ich hasse es. Immer wieder dasselbe. Waffeln. Warte. Ich schmeiße es. Waffen. Warte. Waffen weg. Ja. Das brauche ich überhaupt nicht. Ablegen. Das brauche ich auch nicht. Das nehme ich gerne mit. Das bleibt. 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 Und alles. Okay. Dann gehen wir nach unten. Wett. Äh. Gehen wir hier. Vielleicht bin ich hier. Aber irgendwas. Wett. Wett. Wollen wir mich umbringen. Oder was. Warte. Das ist schon. Okay. Ich glaube ich hier. Oh. Komm. Okay. Nicht. Oh. Komm. sterbe einfach. Für. Fuck. Das ist komplett. Wie istfakt. Geh. Ich bin an ihm frei. Geh. Ich bin an ihm frei. Ah. Ah. Ich bin an ihm frei. Oder was für mich ist. Verarschen. Nein. mein Idiot ach du scheiße habe nicht gespeichert gar nichts und die schlimmsten fallen werden so dass ich muss von Anfang an machen wenn ich komme dahin Allah 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 oh wieso habe ich mich nicht geheilt darüber will ich nicht reden ok ja super ja diese ganze verdammte Mission von Anfang an machen Wollt das kommen wir da hin oh meine Fresse da gehen wir diese Wollt nochmal rein und nächste Folge müssen wir ja wahrscheinlich weitermachen komm 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 so das das Wollt ich ja du bist klar du bist echt Strahlmann da bist du gut sei Dank da will ich dich ein bisschen los äh fusion das nehm ich das nehm ich ok das nehm ich auch das nehm ich auch komm was mit Sau ich gebe dir gleich mit Sau du bist selber eine Sau na komm ja endlich muss man die ganze Zeit warten bis die nicht mehr bewegen dann kann man die absrauben naja alles wegnehmen und so weiter da da bist du da bist du schon weg so jetzt das nehm ich Karotte nehm ich das nehm ich das brauche ich nicht Stahlalung ah ja jetzt kommt ein bisschen zu essen auch gut ah ok und runter geht's die die Waffe ist ziemlich gut muss ich sagen so schlimm ist die auch nicht ach so wir ok diesmal ist ein bisschen schneller gegangen als vorher weil wir gewusst was wir müssen machen äh äh erstmal machen wir wie weit ich speichern schnell speichern genau haben wir schnell gespeichert bevor schon wieder was passiert gut 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 nur eine dann leck mich den Arsch da drüben auf sie mehr du bist wer ist genau wo 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 nein stöße aber ja gut ja leider ich werde schon wieder nach warte warte u so, der ist weg, gut ok die sind weg das nämlich dass das und ist das ist was es ist vielleicht nämlich das aber ich glaube genau trägst schon zu viel super so liebe ich hier ist dieses spiel nicht scheiße aber ja mit dem gewicht ist schon große problem muss man sehr auf was man trägt das nämlich fusion das brauche ich auch bist du weg komm gib mir wo ich will ich mir 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 das wird ich das werde ich gut das nehme ich nicht mit ich weiß einfach weg mir scheiße was habe ich da immer waffen er nämlich das brauche ich nicht das brauche ich nicht okay das kann ja verkaufen nämlich dass wird das nämlich das brauche ich hallo ich brauche ich das brauche ich das brauche ich das brauche ich ich halte manchmal geht es so schnell ich merke nicht was ich mache das brauche ich das brauche ich das brauche ich und alles und haben wir ein bisschen weniger auf kleidung gehen wir kurz wieso haben wir diese scheiß noch das brauche ich auch nicht das brauche ich das brauche ich ja kein wunder das habe ich so viel egal ist so viel bis 8 wächst schon acht das wächst schon ein kilo ok das ist nicht so viel aber ja ist besser aber mehr radioaktivität ah komm verzähl ich von dieser scheiße oh blitzi und ja gut 15 erlass ich so und jetzt haben wir ein bisschen weniger so eine scheiße musste ich so viel tragen machen noch mal bevor ich schon wieder färgig ich denke ich finde lustig so stahl und so weiter passt es passt 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 eben weiter kurz hier vielleicht hier finden wir was nein nein wo besser wir hier schon ist nämlich das weil hier ist nur am uni meistens geht es einfach alles durch gut gehen wir nach unten gut gut ist niemand da ist besser so für mich oh das nehme ich das will ich nehmen gut das ist auch gut kleber brauchen wir nicht so viel oh moni das nehme ich gern was hast du da ja nix ok ich glaube manchmal muss man auf diese rüstung diese dinge schauen Leute ich werde sagen das war's und wir sind nächste folge machen weiter und bis nächstes mal ciao